Der 11. September 2001. Terroristen, die sich Gotteskrieger nennen und Kämpfer gegen Kreuzzüge des Westens. Zwei Religionen, die den Frieden wollen und ihn dennoch im Lauf der Geschichte immer wieder brechen. Epochen des Gegeneinanders und des Miteinanders. Menschen und Mächte, die im Namen Gottes Kriege führen und am Ende doch nur um irdische Herrschaft drängen. Im 11. Jahrhundert entbrennt ein Kampf um die Herrschaft im Heiligen Land. Weil dort Christen bedroht sind, ruft der römische Papst zu einem Kreuzzug im Namen Gottes auf. Ziel ist die Eroberung von Jerusalem. Doch streiten die Ritter der Christenheit nur für den Glauben? Der zum Heiligen Krieg erklärte Kampf gegen die Muslime dauert zwei Jahrhunderte. Jerusalem im Juni 1099. Ankunft vor den Mauern der Stadt. Zum ersten Mal erblicken die bewaffneten Pilger, wie sie sich nennen, das ersehnte Ziel. Drei Jahre schon sind sie unterwegs. Ursprünglich waren es einige tausend Kreuzritter mit mehr als zehnmal so viel Gefolge. Nur etwa ein Drittel des Herzoges erreicht die heilige Stadt. Doch nun scheinen alle Strapazen vergessen. Der Papst verhieß allen Kreuzfahrern den Erlass von Sündenstrafen, wenn sie ihren christlichen Brüdern in Palästina zu Hilfe kommen und die heiligen Städten von der muslimischen Herrschaft befreien. Heerführer wie Raimund von Toulouse und Gottfried von Bouillon haben vor allem ein Ziel vor Augen. Der Wille, dieses Land, das heilige Land und gerade die Stadt Jerusalem und dort insbesondere das Grab Christi wieder unter christliche Herrschaft zu bringen. Nach zeitgenössischer Vorstellung handelte es sich um das Land des Herrn und seine Erbschaft. Jerusalem. Jahrhundertelang hatten hier christliche Byzantiner geherrscht. 638 wurde die Stadt von den Nachfolgern Mohammeds erobert. Die Herrschaft der Muslime war Juden und Christen gegenüber eigentlich tolerant. Aber im 11. Jahrhundert kam es immer wieder zu Übergriffen. Dem wollen die Kreuzfahrer nun ein Ende setzen. 250 Kilometer nördlich in Damaskus treffen Nachrichten von der Belagerung ein. Ich suche Shaikh Al-Sulami. Wer ist da drin? Ein muslimischer Rechtsgelehrter will über jeden Schritt der Christen informiert werden. Ehrwürdiger Herr! Was willst du? Die Ungläubigen greifen Jerusalem an. Und haben sie vorher ein Gebet gesprochen? Ja, Herr, und sie tragen Kreuze mit sich. Und vor der Schlacht zogen sie betend und singend um die Stadt und riefen ihren Gott um Hilfe an. Es sind sehr viele, Herr. Der Gelehrte Al-Sulami ist überzeugt, dass es sich bei dem Angriff der Christen aus Europa um keinen gewöhnlichen Eroberungszug handelt. Das heißt, sie sind nicht nur hier, um zu rauben. Sie führen einen Krieg im Namen ihres Glaubens. Fünf Wochen schon dauert das Ringen um die heilige Stadt. Verhandlungen über eine friedliche Übergabe hat es nicht gegeben. Die Verteidiger setzen verheerende Waffen ein, um die Erstürmung Jerusalems zu verhindern. Das sogenannte griechische Feuer. Ein brennendes Öl, das mit Wasser nicht gelöscht werden kann. Der Kreuzfahrer Fürst Gottfried von Bouillon weiß, dass seine Ritter am Ende ihrer Kräfte sind. Viele seiner Mitstreiter sterben vor den Mauern der Stadt. Wird Jerusalem von den Christen erobert, verlieren die Muslime eine ihrer heiligsten Städten und ihr Gesicht vor Allah. Denn was einmal zu ihrem Machtbereich gehörte, darf nicht mehr preisgegeben werden. So will es der Koran. Im 11. Jahrhundert erstrecken sich die Reiche des Islam von Indien bis nach Spanien. Auch das einst von den byzantinischen Christen beherrschte Heilige Land und Kleinasien wurden nach und nach erobert. Als die Christen im Osten ihre Glaubensbrüder im Westen um Beistand bitten, ergreift der römische Papst in einer Stadt in Frankreich die Initiative. Im Jahr 1095 in Clermont, vier Jahre vor der Schlacht um Jerusalem. Hier wird das Oberhaupt der katholischen Christen in einem leidenschaftlichen Appell zum Kampf gegen die muslimischen Eroberer aufrufen. Im November 1095 versammelt der Nachfolger Petri mehr als 200 Bischöfe aus Frankreich, Italien und Spanien zu einem Treffen. Höhepunkt der Synode ist ein feierlicher Gottesdienst. Mehrere tausend Gläubige, auch viele Adlige und Ritter sind dem Ruf des Papstes gefolgt. Die Menge ist so groß, dass die Messe außerhalb der Kathedrale auf einem Feld stattfindet. Urban zeichnet ein Bild der Bedrohung. Meine Brüder und Schwestern in Christo, die Ungläubigen haben den Christen immer mehr Länder geraubt. Sie haben unzählige Gläubige ohne Gnade abgeschlachtet oder sie verschleppt. Sie haben unsere Kirchen in Schutt und Asche gelegt und Gottes Königreich verwüstet. Diese Heiden bedrohen Byzanz und es ist unsere Pflicht als Christen, unseren Mitbrüdern zur Hilfe zu eilen. Sonst werden sie von den Truppen der Ungläubigen überrannt. Mit Brüdern und Schwestern ist die byzantinische Ostkirche gemeint. Eigentlich ist die Christenheit in dieser Zeit tief gespalten in katholische und orthodoxe Gläubige, deren Zentrum Konstantinopel ist. Doch seit türkische Seltschuken die Byzantiner aus Kleinasien verdrängten, sieht sich die gesamte Christenheit herausgefordert. Die muslimischen Reiternomaden sind die neue Großmacht in der islamischen Welt. Bei ihrem Vormarsch kam es häufig zu Übergriffen auf Christen und ihre Pilgerwege ins Heilige Land. Die Seltschuken bedrohen auch die Hauptstadt des byzantinischen Reiches, Konstantinopel, die Metropole am Bosporus, einst das Machtzentrum der christlichen Welt. Deshalb bat der byzantinische Kaiser Alexios den Papst schon mehrmals um Hilfe im Kampf gegen die Seltschuken. Im Sommer 1095 hat er ein Schreiben an Urban II. verfasst, das Gehör findet. Und so wird auch die kleinste Form von militärischer Unterstützung gegen diese gottlosen Heiden von großem Nutzen sein. Für unser Reich und für die ganze Christenheit. In Clermont stellt der Papst den Hilferuf aus Byzanz in den Mittelpunkt seiner Predigt. Unsere Brüder und Schwestern im Osten wurden durch das Schwert, durch Raub und Brandschatzung zu Sklaven erniedrigt. Grausam sind die gottlosen Männer. Frauen haben sie fürchterlich geschändet. Die feindlichen Heiden stehen bereits vor den Toren Konstantinopels. Wenn ihr sie nicht aufhaltet, werden sie auch uns unterwerfen. Diese Predigt wurde offenbar sehr wirkungsvoll vom Papst inszeniert, mit großen Gebärden und Gesten sehr gut aufgebaut. Nicht ich ermahne euch, Gott, der Herr selbst, ermahnt euch. Jeder Mann, ganz gleich welchen Standes, ob Ritter oder Fußvolk, seid Herolde Christi und vertreibt diese nichtswürdigen Ungläubigen. Ein Teilnehmer an der Synode, Bischof Lambert von Arras, hat seine Erinnerungen an die Rede von Clermont aufgeschrieben. Auch bei ihm ist nachzulesen, wie der Papst für den Herzog ins Heilige Land war. Wer nur aus Frömmigkeit und nicht zur Erlangung von Ehre oder Geld nach Jerusalem aufbricht, den erwartet himmlischer Lohn. In Folge dieser Rede sollen die Anwesenden in Begeisterungsstürme verfallen sein, gefallen sein und sich Stoffkreuze an ihre Kleine genäht haben, also das Kreuz genommen haben, um den Willen des Herrn auszuführen. Wie es die Quellen sagen, brachen sie in den Ruf, Gott will es aus. Deus lo fult! Gott will es! Gott will es! Gott will es! Urban erklärt die Befreiung des Heiligen Landes zum reinigenden Bußgang. Er will die zerstrittene Christenheit einen und ihr ein Ziel geben. Geistliche Macht soll über der Weltlichen stehen. Wahrer und Beschützer der gesamten Christenheit will er sein. Der Stellvertreter Christi auf Erden. Sein Plan ging durchaus auf, vielleicht mehr als er erwartet hatte. Die Resonanz war ja massiv. Nicht zuletzt deswegen, weil die Teilnehmer des Konzils in ihre Heimatländer zurückkehrten und dafür sorgten, dass Kunde von dem Aufruf jeweils vor Ort verbreitet wurden. Gott, der Herr, will, dass ihr euch auf den Weg ins Heilige Land macht. Das Land, das von Alters her den Söhnen Israels gehört. Nicht nur Bischöfe und Priester rufen es von den Kanzeln. Auch wandernde Prediger bringen die Botschaft des Papstes und das Volk. Unzweifelhaft traf Obern der Zweite einen Nerv seiner Zeit. Anders kann man sich diese Massenbewegung, die auch die Zeitgenossen überraschte, nicht erklären. Zigtausende, Berufene und Unberufene machen sich auf den Weg. Folgt dem Ruf des Himmels und dem Heiligen Vater. Fanatisierte Mönche werben eigenmächtig für den Kreuzzug im Namen Jesu. Scharenweise laufen ihnen die Menschen zu. Einfache Leute, Bauern, Handwerker, aber auch niederer Adel. Es sind nicht die von Byzanz erbetenen Ritter, die sich hier versammeln. Nicht die Krieger Gottes, die Urban meint. Das Heer, das sich hier bildet, entsteht planlos. Am Ende sind es etwa 15.000 Menschen. Der sogenannte Kreuzzug der Armen war letztlich die Reaktion auf die Werbung für den Kreuzzug, die Wanderprediger und andere Kleriker, auch andere Medien in Nordfrankreich, in den niederen Landen, auch ins Rheinland hineintrugen. Dieser improvisierte Zug will den vom Papst genannten Aufbruchstermin nicht abwarten. Auch einige Adlige wollen sofort losziehen. Die Sorge aber um das eigene Seelenheil ist eine Sorge, die Reich und Arm gleichermaßen teilten. Und die gerade im 11. Jahrhundert offensichtlich zunahm. Also die Vorstellung persönlicher Sündhaftigkeit, die es durch Buße wiedergutzumachen galt. Es ist eine Zeit der Angst vor dem nahenden Ende der Welt und dem jüngsten Gericht. Und eine Zeit der Hoffnung auf Erlösung. Für die Ehre Christi zu kämpfen, vielleicht auch Rache zu nehmen für vermeintliche Entehrung, die ihm angetan worden war, all das sind Vorstellungen, die im 11. Jahrhundert an Bedeutung gewinnen und letztlich den Boden bereiten für diese überraschend scharfe, überraschend starke Resonanz. Der Weg des sogenannten Volkskreuzzuges führt auch durch größere Städte wie Speyer. Wie hier haben sich in den Handelszentren am Rhein größere jüdische Gemeinden gebildet. Nun droht ihnen Gefahr. Vor allem in den rheinischen Bischofsstädten wie Köln und Mainz oder Worms und Speyer haben sich im frühen Mittelalter zahlreiche jüdische Gemeinden niedergelassen. Und diese Gemeinden hatten einen maßgeblichen Anteil am ökonomischen Aufstieg dieser Städte. Als Händler und Geldwechsler spielen die Juden eine wichtige Rolle für die Wirtschaft im Mittelalter. An den Kaiser zahlen sie Steuern, dafür stehen sie unter seinem Schutz. Doch was ist er wert? Man weiß, dass beim ersten Kreuzzug viele der Teilnehmer keine reichen, adeligen oder begüterten Ritter waren, sondern mittellose. Und für diese Personen waren die Übergriffe auf die jüdischen Gemeinden ein Mittel, sich materiell zu bereichern. In mehreren Städten werden Judenviertel gestürmt. Eine regelrechte Menschenjagd beginnt. Obwohl sie unter dem Schutz des Kaisers und der Bischöfe stehen, kommt es zu Plünderungen und Massenmorden, die nur selten verhindert werden. Etwa 5000 Menschen fallen den Pogromen des Jahres 1096 zum Opfer. In dieser Zeit sah man die Juden als die Nachfahren der Christusmörder an. Und es war, so zynisch das klingen mag, bereits ein gottgefälliges Werk, schon in der Heimat gegen die Ungläubigen, gegen die Heiden vorzugehen. Doch ist der Volkskreuzzug auch ein selbstmörderisches Unterfangen. Die meisten sind schlecht bewaffnet und nicht für einen langen Marsch gerüstet. Kaum ein Teilnehmer dieses Zuges der Armen wird das Ziel, Jerusalem, je erreichen. Umso wichtiger ist dem Klerus und dem Hohen Adel, den Bischöfen und Fürsten, dass ihr Kreuzzug gründlich vorbereitet ist. Auch auf der Burg des Herzogs von Niederlothringen trifft man Vorkehrungen für die lange Reise ins Ungewisse. Das Aufnehmen der Kreuze für den Zug nach Palästina ist auch Symbol für einen Neuanfang. Herzog Gottfried von Bouillon ist beseelt vom Geist, der von den Klöstern ausgeht. Es sind Orte der Besinnung in jener Epoche, in der viele das Kommen des Herrn erwarten. Der Dienst im Waffenrock stehe dem im Mönchsgewand in nichts nach, heißt es. Bislang war Gottfried alles andere als Papst treu und weltlichen Verlockungen nicht abgeneigt. Doch auch ihn treiben Zweifel in jener geistlich aufgewühlten Zeit. Dem Aufruf von Clermont will er Folge leisten. Zwei seiner Brüder schließen sich Gottfried an, Eustach und Balduin. Bist du bereit, Gottfried? Es wird eine lange Reise. Sollte ich fallen, meine Brüder, so will ich in diesem Kleid beerdigt werden. Du hast wohl Angst, der Herr könnte dich ohne das Rote Kreuz auf der Brust nicht erkennen. Habe ich recht, Gottfried? Lass ihn! Kümmere dich um deine Dinge. Ob auch nur einer von ihnen zurückkehren wird, ist völlig ungewiss. Unsere Burg hier habe ich dem Bischof von Lüttich verpfändet. Du hast unsere Burg verkauft? Ich kann sie zurückkaufen, wenn wir heimkommen. Für 1300 Silbermünzen. Warum sollten wir zurückkehren? Schließlich können wir doch im Heiligen Land und in Jerusalem im Namen des Herrn unser eigenes christliches Reich aufbauen, oder nicht? Gottes Wille geschehe. Gott will es. Deus lo vult. Gott will es. Unter diesem Leitmotiv beginnt die 200-jährige Epoche der Kreuzzüge. Menschen aus vielen Völkern in Europa, aus allen Schichten der Gesellschaft, werden ins Heilige Land ziehen. Auf der Suche nach dem Seelenheil, aber auch nach Ruhm und Ehre, Macht und Reichtum. Am Ende werden es viele Hunderttausende sein, die sich auf den gefahrvollen Weg begeben. Arme und Reiche, Adlige und Knechte, Bauern und Bürger, Männer und Frauen. Im Sommer 1096 beginnt das größte Kriegsunternehmen des Mittelalters. Mehrere zehntausend Kreuzfahrer, die vor allem aus den französischen und deutschen Landen kommen, nehmen drei verschiedene Wege. Durch Italien, an der Adria entlang und über den Balkan. Ihr erstes Ziel auf dem Weg ins Heilige Land ist Konstantinopel. Seit der Gründung im 4. Jahrhundert, Hauptstadt des Byzantinischen Reiches und Metropole der orthodoxen Christen. Von hier aus richtete Kaiser Alexius den Hilferuf an Papst Urban. Nun naht das Kreuzfahrer her. Kaiser Alexius ist darauf eingestellt, dass der Papst ihm einige Truppen berittener Söldner schickt, über die er frei verfügen kann. Jetzt aber lagert ein riesiges Heer vor der Stadt, das ihm bedrohlich erscheint. Ihr seid mit eurer Armee vor die Tore meiner Stadt gezogen und verbreitet Angst und Schrecken unter ihren Bewohnern. Ständig kommt es zu Übergriffen eurer Männer, die sich einfach nehmen, was sie brauchen. Warte. Ihr verhaltet euch wie Strauchliebe und Wegelagerer. Die Vorwürfe lassen die Kreuzfahrer kalt. Nicht aber die Bedingung, die Alexius stellt. Die christlichen Heerführer sollen ihm einen Treueschwur leisten und alle künftig zurückeroberten Gebiete Byzanz überlassen. Aber Schluss der Vorrede. Sei es wie es sei. Ich habe euch herbefohlen, damit ihr mir, dem Kaiser von Konstantinopel, ohne jede Einschränkung die Treue schwört. Warum sollten wir das tun? Wir haben bereits dem Papst die Treue gelobt. Das muss genügen. Glaubt ihr wirklich, es ist an euch, hier die Bedingungen zu stellen? Ohne Treuheit auf mich, den Kaiser, könnt ihr eure Reise nicht fortsetzen. Ihr habt die Meerenge gesehen. Ihr könnt gerne hinüberschwimmen. Aber kein Schiff wird sie ohne mein Einverständnis passieren. Auf keinen Fall eines der euren. Ihr habt die Wahl. Die Kreuzfahrerfürsten lenken ein. Vorerst. Nun, das Heilige Land ist unser Ziel. Wir tun, was er verlangt. Letztlich ist der Treueschwur erzwungen. Die Kreuzritter werden keine eroberten Gebiete zurückgeben, sondern im Heiligen Land ihre eigenen Reiche errichten. So wird das Motiv der Bruderhilfe für Bizanz bald von Rivalitäten überschattet. Doch noch ist das Ziel fern. Auf dem Weg nach Jerusalem trifft die christliche Streitmacht bald auf erbitterten Widerstand der Seltschuken. Schon bei Dorileum hätte der erste Kreuzzug scheitern können. Dort greift das Heer des Sultans Kilitsch Arslan eine Teilstreitkraft der Kreuzfahrer an. Seltschukische Bogenschützen bekämpfen die christlichen Krieger aus der Distanz. Der muslimische Herrscher verfügt über 50.000 Mann. Die Lage der Verteidiger ist verzweifelt. Tausende von Kreuzfahrern sterben in dem engen Tal. Doch konnten noch rechtzeitig Boten geschickt werden, um Hilfe zu holen. Die Rettung kommt in letzter Minute. Gottfried von Bouillon und seine Reiterei fallen den Angreifern in den Rücken und wenden das Blatt. Ein entscheidender Sieg auf dem Weg nach Jerusalem. Der bei seinen Mitstreitern überaus beliebte und geachtete Heerführer lässt am Wegesrand immer wieder hölzerne Kreuze aufstellen, um künftigen Pilgern die Richtung zu weisen. Doch wie reagieren die Muslime auf den Vormarsch der Franken, wie sie alle lateinisch sprechenden Europäer nennen? Nur wenige erkennen, dass sich dieser Kriegszug der Christen von jenen unterscheidet, die allein auf Beute zielen. Der islamische Rechtsgelehrte Al-Sulami macht seinen Zuhörern in der großen Moschee von Damaskus deutlich, worin dieser Unterschied besteht. Ihr geistlicher Führer, den die Franken heiliger Vater oder Papst nennen. Dieser Papst hat den Kreuzzug veranlasst. Es sei ein Feldzug im Zeichen des Glaubens, meint Al-Sulami. Sie wollen nach Jerusalem. Das ist das höchste Ziel ihrer Wünsche. Aber sie kommen nicht... Habt ihr das gehört, Brüder? Sie wollen nach Jerusalem. Sie essen Schweinefleisch und trinken Wein. Und uns bezeichnen diese Christen als Ungläubige. Sie wollen uns vertreiben und unterjochen. Sie sehen uns als Feinde. Sie waschen sich nicht vor dem Gebet. Sie sind Schweine. Sie haben ein Zeichen mit sich, die sie im Kampf unterstützen sollen. Ihre Krieger erhalten keinen Sold, sondern einen Teil der Beute. Sie glauben sogar, sie kommen ins Paradies. Aber die Hölle wird in uns sein. Die Hölle ist die Schweine. Gott weiß es. Die Hölle ist die Hölle. Nicht zur Hölle. Gott weiß es. Aber solange sie noch nicht zur Hölle gefahren sind, werden sie für ihren Glauben kämpfen. Und dabei ist ihnen jedes Mittel recht. Drei Jahre sind die Kreuzfahrer nun unterwegs. Weniger als ein Drittel ihrer Streitmacht ist noch am Leben. Mit der Aussicht, doch noch das ersehnte Ziel Jerusalem zu erreichen, kämpfen die Pilger in Waffen gegen ihre Erschöpfung an. Viele lockt die Vorstellung, mit dem Einzug in die heilige Stadt auch in den Himmel zu gelangen. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Gott, Vater im Himmel. Erbarme dich, unser. Mit Messfeiern, Lobliedern und Psalmengesängen stimmen sich die Belagerer auf den bevorstehenden Angriff ein. Diese Prozession, die vor Jerusalem veranstaltet wurde, unmittelbar vor dem Sturm auf die Stadt, sagt viel über die Geisteshaltung und die Selbsteinschätzung der Krieger. Die Verteidiger Jerusalems, ägyptische Fatimiden, werden Zeugen der christlichen Rituale. Diese Herrscher will mehr als nur eine Stadt erobern. Sie sahen sich, und das belegen die Quellen, als neues Volk Israel. Sie stellten sich in die Tradition des Alten Testamentes. Gottfried von Bouillon weiß, dass Gebete allein die Mauern von Jerusalem nicht zum Einsturz bringen werden. Die Verteidiger sind in der Überzahl. Doch für die Angreifer ist die Erstürmung der heiligen Stadt ein göttlicher Auftrag. Dreimal gingen sie um die Stadt und läuterten sich, reinigten sich auf diese Art und Weise. Es fehlt uns an Wasser und an Nahrung. Wir dürfen keine weitere Zeit verlieren. Ich weiß, aber... Viele von uns sind durch Krankheit geschwächt. Wir müssen endlich angreifen. Ich glaube, er hat recht, Raimund. Ich weiß, aber wie sollen wir die Stadt erobern? Die Heiden haben alle Bäume gefällt. Wir haben kaum das Holz für zwei Belagerungstürme. Dann müssen zwei Türme eben reichen. Heilige Maria, Gott der Herr möge uns beistehen. Im Namen des Vaters und des Sohnes des Herrn. Bei keinem Kampf zuvor waren die Umstände widriger. Der Beginn der Eroberung gestartete sich schwierig. Das Heer war nicht mehr besonders groß. Die Stadt war aber groß und gut befestigt zum einen. Es ist schwer, eine Belagerung klassischen Stiles zu gestalten. Also die Stadt etwa auszuhungern. Der Sturm auf Jerusalem hat begonnen. Es ist der 15. Juli 1099. Bei der Abwehr der Angriffe kommen Waffen mit verheerender Wirkung zum Einsatz. Das griechische Feuer, wie man es nennt, macht es den Belagerern schwer, die Mauern zu stürmen. Weil die Angreifer in der Unterzahl sind, konzentrieren sie ihre Kräfte auf nur wenige Abschnitte. Der Herzog von Niederlothringen und seine Männer gelangen mit ihrem Belagerungsturm bis auf Sprungweite an die Stadtmauer. Erfolgreich war letztlich das Kontingent unter Gottfried von Bouillon. Offenbar war Gottfried selbst auch auf diesem Turm zugegen. Aber gegen dem, was man manchmal liest, war er nicht der Erste, der die Stadtmauer betrat, sondern zwei seiner Gefolgsleute. Unter großen Verlusten stürmt der Herzog mit seinen Männern die Wehrgänge der Festung. Wenige Minuten entscheiden über Sieg und Niederlage der Kreuzritter. Und über das Schicksal einer Stadt, die Christen und Muslimen heilig ist. Beide Seiten vertrauen in diesem Kampf auf ihren Glauben und dass Gott ihnen beisteht. In beiden Religionen ist der Frieden heilig. Und doch ist für ihre Verfechter auch der Krieg ein Mittel, den eigenen, für sie wahren Glauben zu verteidigen. Gegen Feinde und Ungläubige. Die Christen aber haben ihren Kreuzzug gegen die Muslime zu einem von Gott gewollten, heiligen Krieg erklärt. Er führt in den bis dahin blutigsten Glaubenskampf der Geschichte. Und entlädt sich in der Schlacht um Jerusalem in einem Rausch der Gewalt. Und was dann passierte, war ein großes Massaker auf der einen Seite innerhalb der Stadt. Die Bevölkerung wurde, ob nun Juden oder Muslime, niedergemacht. Und zugleich bemühten sich die Kreuzfahrerfürsten darum, besonders wichtige Orte einzunehmen. Man muss sich dieses Massaker in den engen Straßen Jerusalems durchaus drastisch vorstellen. Man hat offensichtlich auf Geschlecht und Alter keine Rücksicht genommen. Auch christliche Augenzeugen verschweigen nicht, was damals geschah. Sofort nach dem Durchbruch durch die Mauer durchzogen die Ritter die Straßen und Plätze der Stadt. Alle Feinde, die sie finden konnten, streckten sie mit der Schärfe ihres Schwertes nieder, ohne jemanden zu schonen und erfüllten alles mit Blut. Die Nachricht vom Fall Jerusalems verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Herr, hört doch. Die Franken haben alles umgebracht und getötet. In ganz Jerusalem ein einziges Gemetzel. Die Franken haben Tage damit verbracht, zu morden und zu töten. Nun erkennt jeder das Wesen der Franken. Jeder Mensch weiß jetzt, dass sie Tiere sind. Etwa 30.000 Menschen werden getötet. Auch die meisten jüdischen Bewohner der Stadt. Selbst einheimische Christen, denen man vorwarf, mit den Muslimen paktiert zu haben. Die Erinnerung an die blutige Eroberung Jerusalems wird das Verhältnis der Religionen auf Dauer belasten. Man hat lange Zeit den Blutrausch der Kreuzfahrer 1099 bei der Einnahme Jerusalems dadurch erklärt, dass die religiöse Begeisterung mit den Männern außer Kontrolle geraten sei. Gerade angesichts der Tatsache, dass sie ja so lange Strapazen und Entsagungen hinter sich gebracht hatten. Doch immer mehr rücken jene Motive in den Vordergrund, die den Kreuzrittern mit auf den Weg gegeben wurden. Wenn man sich die Berichte über den Kreuzzugsaufruf Urbans II. ein wenig genauer ansieht, dann kann man erkennen, dass er hier bereits zur Rache an den Ungläubigen aufgefordert hat, die die Städten der Christenheit besetzten und damit aus christlicher Sicht verunreinigt haben. Bald nach der Eroberung der heiligen Stadt soll Gottfried von Bouillon zum ersten christlichen König von Jerusalem gekrönt werden. Doch es gibt Skrupel. Hier hatte Jesus die Dornenkrone getragen. So nennt der Eroberer sich Beschützer des heiligen Grabes und verzichtet auf die Krone, nicht aber auf den Machtanspruch. Du dachtest an uns in der Stunde der Not und entrissest uns der Wut unserer Feinde im Namen des Vaters und des Sohnes. Doch Gottfrieds Herrschaft wehrt nicht lange. Nur ein Jahr nach der Eroberung Jerusalems wird er sterben und in der Grabeskirche, die er immer wieder aufsuchte, bestattet. Sein Erbe aber wird nie unangefochten bleiben. Werden die muslimischen Mächte hinnehmen, dass ihnen heiliger Boden entrissen wurde? Zunächst waren die meisten Araber nach der Eroberung von Jerusalem, also durch christliche Kräfte, perplex. Was soll jetzt geschehen? Die muslimische Welt war gespalten. Wie sollen wir jetzt darauf reagieren, dass irgendwelche Christen eine der wichtigsten arabischen Städte eingenommen haben? In Damaskus zieht der Rechtsgelehrte Al-Sulami Schlüsse aus den Erfahrungen. Warum hat Allah uns den Sieg verwehrt? Allah stellt uns auf die Probe. Unsere Feinde werden auch weiterhin alles tun, uns und unseren Glauben zu bekämpfen. Aber haben nicht wir den wahren Glauben? Wir haben uns an Allah versündigt, wir haben seine Gebote nicht befolgt und wir haben untereinander in Zwietracht gelebt. Wir haben den heiligen Boden nicht verteidigt. Nur wenn wir Zwist und Spaltung überwinden und gemeinsam kämpfen, werden wir unsere Feinde bezwingen können. Also Al-Sulami erkennt, dass christliche Expeditionen, Kriegszüge sowohl auf Sizilien als auch auf der iberischen Halbinsel und eben im vorderen Orient religiös motiviert sind. Zumindest hält er das so fest in einem Werk, in einem Traktat, dass er selbst über den Dschihad schreibt und zwar gerade als Reaktion auf diese Erkenntnis. In seinem Buch vom Dschihad wertet Al-Sulami den Angriff auf Jerusalem als Angriff auf den Islam. Und es dauerte dann so eine Zeit und da waren es vor allen Dingen muslimische Gelehrte, die dazu aufgerufen haben, endlich die arabische Welt wieder zu einen, um die christlichen Eroberer Jerusalems zu vertreiben. Und da wurde der Islam ganz massiv als politisches Instrument auch eingesetzt. Doch dauert es einige Jahrzehnte, bis eine muslimische Streitmacht in der Lage ist, Jerusalem zurückzuerobern. Gegen Ende des 12. Jahrhunderts setzt sich ein erfahrener Feldherr zum Ziel, die Christen im Heiligen Land zurückzudrängen. Es gelingt ihm nicht nur Boden in Palästina zurückzugewinnen, sondern auch die christliche Besatzung der heiligen Stadt 1187 zur Aufgabe zu zwingen. Saladin setzt auf die Macht des Glaubens. Den Kampf gegen die Kreuzritter ließ er von Hohengeistlichen zu einem Dschihad erklären, zu einem heiligen Kampf. In einem prachtvollen Mausoleum in Damaskus bestattet, wird er bis heute als Held verehrt. Ist der Dschihad der Muslime vergleichbar mit den Kreuzzügen der Christenheit? Kreuzzug und Dschihad werden allzu häufig in eins gesetzt. Aber die Orientwissenschaften, die Islamwissenschaften haben doch eindeutig gezeigt, dass der Dschihad der weiter gefasste Begriff ist, weil er eben nicht nur, wie der Kreuzzug militärische Formen der Auseinandersetzung propagiert, sondern eben auch das geistige Streben nach Ausbreitung des Islam. Auf den Verlust von Jerusalem folgen weitere Kreuzzüge. Doch scheitern alle Versuche der Christen, die heilige Stadt mit Gewalt zurückzuerobern. Der Stauferkaiser Friedrich II. will einen anderen Weg gehen. Er gilt als Vermittler zwischen den Kulturen. Er setzt nicht auf das Schwert, auch weil er weiß, dass er die Besatzung von Jerusalem militärisch nicht bezwingen kann. Bei Verhandlungen mit Sultan Al-Kamil von Kairo erreicht er einen Kompromiss. Zehn Jahre Waffenstillstand. Zehn Jahre, fünf Monate und vierzig Tage, wie es der muslimische Kalender erfordert. Gott, mein Lieber. Es kommt zum Waffenstillstand zwischen Christen und Muslimen. Jerusalem, Bethlehem und Nazareth werden unter christliche Aufsicht gestellt. Der Staufer Friedrich II. erreicht sein Ziel ohne Blutvergießen. Seine Herkunft macht ihn zum Exoten unter den Königen Europas. Denn der Staufer wächst in Palermo auf, ein Schmelztiegel vieler Völker. In seinem Palast begegnen sich die byzantinische, italienische, arabische und die deutsche Welt, Muslime und Christen. Der Austausch zwischen diesen Vertretern unterschiedlicher religiöser Gemeinschaften muss sehr früh eingesetzt haben. Es lässt sich auf dem Feld der materiellen Kultur ganz besonders gut nachweisen. Also alles von der Architektur über Kleidung bis hin wiederum zu Musik und Literatur und Dichtung. Gegenständen des täglichen Gebrauchs, aber auch Luxusgegenstände, die sehr früh davon zeugen, dass über die Kreuzfahrer Elemente der materiellen Kultur von der islamischen Welt in die christliche transportiert wurden. Die arabische Welt hat damals nicht nur auf technischem Gebiet einen bedeutenden Vorsprung. Etwa bei der Versorgung von Städten und kargem Land mit Wasser. Eine wesentliche Voraussetzung für Wohlstand und Wachstum. Herausragende literarische, künstlerische und wissenschaftliche Werke entstehen. Auch in der Physik, der Mathematik, in der Medizin und Astronomie wird geforscht, experimentiert und geschrieben. So entsteht eine einzigartige Sammlung von überliefertem Wissen im Austausch zwischen Orient und Oktzident. Doch die Erinnerung an die Glaubenskriege ist meist stärker als die Besinnung auf gemeinsame Wurzeln beider Kulturen. 200 Jahre bleiben die christlichen Krieger im Heiligen Land. Viele hunderttausend Menschen sterben in der Epoche der Kreuzzüge. Christen, Muslime und Juden. Die Bilanz ist äußerst gemischt, aber vom unmittelbaren Geschehen her kann man es nur als Gewalt bezeichnen. Gewalt, die zunächst von den Christen ausging. Wobei man auch da den historischen Hintergrund sehen muss. Die Seljouken haben den Pilgerweg von Europa nach Palästina abgeschnitten. Sodass die Christen noch nicht völlig voraussetzungslos hier Gewalt geübt haben. Das war eine jahrhundertelange Geschichte des Eroberns und des Erobertwerdens, in die sich die Kreuzzüge nun besonders blutig eingereiht haben. Noch heute künden mächtige Festungen von jenen Kämpfen, die zum Heiligen Krieg stilisiert wurden und das Verhältnis beider Religionen für viele Jahrhunderte prägten. Aber wirklich befeuert wurde diese Erinnerung an die Kreuzzüge durch den europäischen Kolonialismus. Und im Zuge des europäischen Kolonialismus, vor allem dann des 19. und des 20. Jahrhunderts, wurde diese Erinnerung an die Kreuzzüge neu gefüllt und ganz neu belebt und aktualisiert, sodass sie heute schon sehr lebendig ist. Nicht nur aus der Sicht mancher Muslime ist die Zeit der Kreuzzüge bis heute nicht zu Ende gegangen. Nicht nur aus der Sicht der Kreuzzüge bis heute nicht zu Ende gegangen. Nicht nur aus der Sicht der Kreuzzüge bis heute nicht zu Ende gegangen.